Was geht Leute, mein Name lautet Danny, Willkommen zu World's Hardest Game. Soll ziemlich schwer sein, das Spiel, ich bin ziemlich gespannt, also lasst uns einfach auf Play Game drücken. Wunderbar, wer von euch kannte das Spiel bisher? Auf jeden Fall sind wir hier, wie immer ein Würfel. Hahaha, ganz witzig Spielentwickler. Und wir müssen diesmal nicht gegen Dreiecke wie bei The Impossible Game kämpfen, sondern gegen Kreise. Okay, los geht's. Trazentation Danny, da kannst du es schaffen. Oh, scheiße. Ja gut, der erste Versuch. Alter, was? Hahaha, wie soll das gehen? Ich würde schon fast sagen, das ist ein Fall für Galileo Mystery. Oh, bei die... Ja, ja. Okay, wir auf, easy, Alter. Easy. Alles klar. Ernsthaft? Oh, ich muss den gleichen Punkt einsammeln. Okay, okay, Konzentration, Konzentration. Es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber eigentlich ganz easy. Schaut euch das mal an. Einfachste Spielerwelt. Ja, definitiv. Das ist gar nicht so schwer. Also ich habe mir das schwerer vorgestellt. So, alles klar. Ich muss den gelben Ball holen und dann wieder zurück. Ja, ich weiß, wie ich das mache. Ich hasse Kugeln und ich hasse Dreiecke. Das war der Grund, wieso ich ihn machte, so schlecht war. Ich wusste es. Mist. Aber ich weiß, wie ich das mache. Ja, ich ziemlich... Okay, Konzentration, Danny, alles wird gut. Oh, Mann. Oh, ein Wunder. Das ist nämlich nicht. So. Ja, nein. Verdammte Scheiße, das kann nicht wahr sein. Okay, warte mal. Ernsthaft, jetzt spiel ernsthaft. Willst du mich verarschen, Alter? Warte auf die kleine Lücke. Ja. Okay, jetzt Konzentration. Mann. Ja, alles wird gut. Solange du auf Droge bist. Yay. Komm schon, Danny, komm schon. Ja. Was? Das war eh noch einfach? Ich zeige dir gleich mal, was einfach ist. Mein Arschloch ist einfach. Oh, scheiße. Ah, Mist. Okay. Ich muss warten. Ich muss das richtige Timing erwischen. Jetzt. Ah, ich weiß, woher ich muss. Alles gut, Leute. Haltet alles steif. So, ich stelle mich hier hin. Und jetzt. Ich habe einen großen Penis. Und meine Nippel sind immer steif. Genauso wie mein Penis. Und das ist die schlechteste Musik, die es jemals gab. Alles klar. Oh, what the fuck, Alter. Da muss ich ja voll... Scheiße, Alter. Okay. Ich könnte einfach hier stehen bleiben. Da wäre mein Leben viel einfacher. Da müsste ich nicht das Risiko einzugehen, zu sterben. Okay, lass mich... Ah, okay, einfach hier hin. Ja. Fick dich, du Scheißspiel. Ich zeige dir, wie das Leben funktioniert. Oh, das ist... Ja, genau. Okay, so weit geht's. Jetzt muss ich gucken, wo die nächsten hinführen. Darin. Yeah. Yeah. Okay. Mama, wenn du das siehst. Ich hoffe, du bist stolz auf mich. Ja. Oh. 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 Komm schon, Danny, du kannst es schaffen. Ich bin jetzt kein... Mach keinen Stress. Oh, da ist das Ziel. Du. Alles wird gut. Oh, mach so nichts. Soll ich das tun? Oh, das ist so knapp. Ich muss gerade richtig riskieren, Alter. Jetzt. Oh, ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte. Ich bin in der Mitte, Danny. Okay, Danny. Okay. Ja, nein. Wie könnte ich diesen Scheiß denn hinbekommen? Ich habe keine Ahnung. Okay, Danny. Ich habe eine Idee. Du wirst jetzt alles steif haben. Nippe. Penis. Alles steif. Okay. Okay. Oh, okay. Dein Ernst. Ernsthaftes Spiel. Ernsthaft. Allein um dein Leben. Fuck, Alter. Okay, das ist echt... Ja, das ist definitiv unmöglich. Das schwerste Spiel der Welt, also. Dich, das Spiel zu spielen, ist echt eine Qual. Wall. Wall. Ich vergesse immer nicht weiterzulaufen. Wieso, Danny? Wieso tust du sowas? Wieso tust du sowas? Ich habe deine Muskeln nicht mehr. Was? Du bist meine Muskeln nicht mehr. Ich bin dann auch nicht mehr. Alles klar, ich weiß Bescheid. Jetzt werden wir bitte mehr davon spielen. Verdammte. Ich habe es geschafft. Yeah. Nein. Jetzt. Oh, yeah, Alter. Endlich. Okay, das kann nicht so schwer sein. Ich hoffe, er hat gespeichert. Fuck. Ernsthaft. Ich muss alles normal machen. Fuck. Shit. Dönerfleisch. Pizza Margarita. Pizza, Schinken. Oh, ich habe es wieder geschafft, Leute. Ich habe es wieder geschafft. Hallo. Ich habe es doch geschafft, oder nicht? Ich muss tatsächlich zum unteren Grünfeld. Jesus, danke, dass du bei mir bist. Auch wenn ich dich an dich glaube. Wieder so ein behindertes Level, Alter. Die sind doch alle krank. Okay, das kann aber nicht so schwer sein. Oh, mein Gott. Da muss man doch behindert für sein. Ja, ich bin nicht, aber nicht behindert. Oh, mein Gott. Okay, diese Kugeln sind definitiv auf Droge. Ich nehme alles zurück. Ich liebe Dreiecke. Ich hasse Kugeln. Alles klar, Leute. Für heute muss ich die Episode beenden. Und ich bedanke mich für das Ende schauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt jetzt den Daumen nach oben. Damit unterstützen wir mich mehr, als ihr nur denkt. Außerdem schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt. Denn davon gibt es nicht nur ein Level. Ich glaube, in der Version 1 gibt es 30 Level. In der Version 2, 3, 4 und 5 gibt es auch 30 Level. Ich bin mir gar nicht so sicher. Erstmal, wenn ich Version 1 natürlich durchspiele. Und ganz wichtig, wenn ihr das Video schaut und zu Ende geschaut habt. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Das ist ganz wichtig, damit ihr immer wisst, was bei mir hochkommt. Und nie wieder was verpasst. Und dann sage ich nur noch 3, 2, 1. Ciao.